Dass wir heuer noch ein Problem feiern können. Diese Kirche unterbestehen, war eigentlich nicht die alte Parkgärte von Boschee. Die verband sich außerhalb der Stadt und wurde am Ende des 19. Jahrhunderts wiedergewiesen. Die Materialien, die sie dabei bekommen haben, benutzen dann die Boschee und das neue Gymnasiumgebäude verbaut. An dieser Stelle ist dann die alte Stadtkirche, die Kirche der Herren von Boschee. Und Kircher wurde im Jahre 1929, als die Herren von Boschee, die Familie von Ausland, die Kirche von den Bereichen, wurde dann die Pflege der Pflege der Kirche, die Kirche, versteht. Erst so, dass mit allen Kirchen der Stadt fast 100 Jahre nicht eine Fahrkirche, die die Betrachtung der Stadt, welche die Pandemie gespricht werden, die Arte hat. Erst im Jahre 1931, wurde diese Kirche, die ja nicht die Bank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.